hallo und willkommen zurück zu dead by daylight ja wie man sehen kann wir spielen mit dem onryo mit sarako und ja dann wollen wir uns mal auf die suche machen nach den kleinen schweinchen und Sehr gut, ja, 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 ja. Ach komm, wie schnell ist die? Wie schnell ist die mit dieser scheiß Taschenlampe? Ja. Das hättest du dir so gedacht, Fräulein, ne? Warum wird mir keine Haken angezeigt? Was ist denn hier los? Warum wird mir jetzt die ganze Zeit keine Haken angezeigt? Was ist denn hier los? Nein, die bleibt da hängen. Nein, verdammt. Egal, dir gebe ich halt nochmal eine Mip. Oh, ob das jetzt eine gute Idee war. Okay, wir schaffen es auch noch. Sehr gut. Den setzen wir schön zurück. So, und dann verschwinden wir. Und hier wird wieder losgelassen. Sehr gut. Sehr schön. Was ist los, meine gute Hände? Kommst du eh nicht weg. Tja. Ja, ja, blend mich ruhig von hinten an. Alles gut. Ja, wie heißt du mal? Du bist der, der du bist gut. Und sie hat dem was getan. Also, bitteschön. Oh, hallo. Fräulein, wo hast du deine Taschenlampe hin? Ach, sie hat vielleicht ihre Taschenlampe weggelegt. Und die andere hat sie vielleicht aufgenommen. Ja, sehr gut. Ja, aber sie hat ja nämlich schon als die Taschenlampe. Was geht bei dir? Ja, wenn du mir mit so einer scheiß Taschenlampe auf die Eier gehst, wirst du halt damit rechnen müssen, dass du halt eine vor den Helm geschossen kriegst, meine gute. Okay, der geht zurück. Wenn man halt wie so ein Trollo spielt. Den setzen wir auch gleich wieder zurück. So, wie wollte ich doch gerade sagen. Sie war doch... Bitteschön. Hallo. Ja. Gern geschehen. Und wieder hier an den Geisterhaken. Bitteschön. Ja. 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 HALÄÄÄÄH Na mein Freund, wo bist du denn hin? Tja, das war wohl ein Schieber auf, aber ja... Nein, ah, verdammte! Verdammte Axt! So, da kommst du gleich noch mit, hier unten war gerade der David gewesen, wie sie aussahm. Und tschüss! Der hat losgelassen. Na wo bist du hin, mein Guter? Wir haben uns über die Balletten umgestoßen. Boah, Alter, hä, wer hat denn hier... Warum schmeißen die hier die ganzen Balletten um? Was ist los mit denen? Wow! Dann machen wir uns mal kurz unsichtbar. So, der ist aus. Die Runde ist sowieso gelaufen, also... Ich meine, sie haben vier Gents... Und es leben noch zwei. Huuu, das hat sie gut gemacht. Huuu, die sind gleich rumgedreht. Aber sie haben ja hier fast gar nichts mehr, gell? Keine Balletten, nichts mehr. Oh, da oben war David. Da ist er gerannt. Huuu, wie er noch kämpft, der Kleine. Ich meine, ich könnte runtergehen. Ich könnte die Luke jetzt suchen, aber... Es war jetzt ziemlich sinnlos, das zu tun. Vielleicht hat er auch einen Perk für die Luke dabei. Nein, ich bleib dran. Oh, haben wir doch geschafft. Gott sei Dank. Okay, jetzt haben wir sie alle. Vielleicht hat er einen Entscheidungsschlag oder sowas. Oder Befreiungsschlag oder wie das heißt dabei. Wollte ich jetzt irgendwo die Luke hören? Gebe ich ihnen die Luke? Aber wenn nicht, dann... Nein. Okay. Ja, dann ist es... Dann war's das für die Folge. Wir haben sie alle bekommen. Und dann würde ich sagen... Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann... Ja. Bis zum nächsten Mal. Der Rommelwirbel. Macht doch mal hin hier. Ne, dann... Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal.